Leute, Gruppe Zafira, 1,9 ZDT, der Motor begleitet schon mit 10,19 ZDT. Und zwar wird das hier nicht gespeichert. Nicht mit Warns, Motor ist noch weit. Ja, sicher. Obtaste normales. Was könnt ihr mir dazu sagen? Jetzt wird das normal. Ist das normal? Nicht normal. Auf keinem Wasser verlust gar nichts. Mit der Zeit verschwindet der wird ganz normal wie ihr sehen könnt. Ja was könnt ihr mir sagen Leute? Schreibt eure Kommentare. Ist ein 88 kW 120 PS 2007 Opel Vectra B. Ja Opel Vectra B. Ja. Ja.